Mein Freund Jennifer lebt in Bogotá. Sie lebt in einer Wohnung mit ihren Eltern und ihren Katzen. Sie ist Lady und sie hat keine Kinder. Ihre Wohnung befindet sich in einem Fichtenstock. Es ist sehr klar und hat drei Schafzimmer. Es gibt viel Park und Fäume rund um die Nachtverschaff und es liegt in der Neue 1 Flossens. Mein Freund Andrea lebt mit ihren Pächten und Neffen am Rande der Stadt. Sie leben in einem großen und sehr schönes Haus mit viel Platz und umgeben von Natur. Das Haus hat nur eine Tasche, sondern hat mehr Resümer, eine Terrasse und eine Garten. Sie sind Neffen nicht in der Haus, weil ihr mit ihren Stieren spielen können. Das Haus ist eine Frau. Das Haus hat auch eine Schnellbeizong. Das war natürlich auch bei einer Frau. Das ist ein Frau.